Ok Notenauferstand und er fängt jetzt er sagt sei der ersten Part und sogar wenn ich schon meinen fast achtzigsten Part aufgenommen habe ich hab jetzt kaum schon müssen sie sind einfach so aufgenommen was ist das schon mindestens ein doch schon ein Stück Part hochgeladen ich habe schon ein fast 60 Parts heute kann man sich selbst ach ein Weg oder gestern um du bist ein Keks ja ich mein Keks Ohr ich mag es um mich jetzt nicht mehr in den Stellen dieser Welt ist er nicht auf den Server drauf der Schlauchkopf ja ich bin aber nur die IP aber Junge das ist die Befeilung die die sonst auch benutzt für Mensch Kraft die Geblieger für das Ding 11 bei der Begründung der Appel lustigen Kunde ich hab Pipi nur auf aber kann man jemand in der Tisch geben ja ja ich bin mir ein kurzer Cut dann 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 seht ihr die IP wieder beim anderen welcher bei den anderen welchen noch zu hören zu sein weil ich so wer das bin so dafür gibt der Connect Button im Hauptmenü hop 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 ne ich brauche jetzt die MFSU soll ich ja das ist so gut bei mir und wo soll ich ja das ist so hin platzieren hier um so zu tun wie einfach mal so richtig weit fortgeschritten seitlich noch mit Eigentum und hier so ich bin wieder da er liegt die gut er hat so klar neid die Blatt ich glaube ich brauche mehr Marmor die untere etage ja soll ich die mfsu hierhin tun nein die msu platzierst du hier platziert weiter kabel wird sie hier kabel raushauen macht die ms die kabel gehen dann hier lang hier und da wird die anjälte das was ich war mal ein Prozent Prozent da ich wollte die kabel eigentlich unter dem ist eigentlich okay ich muss gleich mal die Aufnahme starten Prozent 3 2 1 ja so klingt das immer Warn und Herzen kommen zu um Projekt aus den Toten nicht schon lebe wieder beziehungsweise für euch macht das ja gar keinen Unterschied die Leute die bei mir gucken weil ich jetzt mindestens um 30 Part nicht einfach hochgeladen habe das heute eine Premiere Prozent die Hörer haben wir aber sind gut bei den anderen wenn ich mindestens 40 Part nicht dabei gewesen und so das war ein deutlicher Premiere hast weil du zum ersten Mal bei Blattie zu hören ist wo auch ich bin so weit ich bin so gut wer hat jetzt die mfsu das ist zusammen das ist so die mfsu holen ja im Wunder macht ja äh der Unterschiede ich mitgeben Prozent Blut Blut schiebt beim spielen aufnehmen gehen Gladys Gaming die ganze Zeit anders noch so stark im Köln der Haarjahre erhält erhält er hat sich verhalten dafür übersicht hat er hör mal auf bitte nähern blatt ach mann holt die mfsu das ist besser sicherer okay es rauscht immer noch was soll ich jetzt machen ich fühle mich sind ich fühle mich nutzlos du kannst jetzt gucken wie man dinge baut jemand was baut ein automatische kräftigen die ja das weiß ich schon selber elektrische kräftig denn dauernd auf die mann laufen ja der rauschen ist wieder da damit ja ich wohnen an einer hauptstraße das kann doch nicht von der hauptstraße korrekt keine ahnung du wirst du wirst immer lauter auch wenn du wenn das draußen ist bist du immer lauter so habe die damit ich muss es eigentlich wohl auch auf einer hauptstraße zu werden hier jetzt die leckung kräftig so das weg dann habe ich keine ahnung wo das kommt aber was kann ich auch tun ich mache so auf der unterbrechung mit kraft wird das ist der tolle ach ja ich weiß es macht ihr ruhig weiter bis da ich weiß ja so geht das geht ich weiß es geht ich habe ein automatisch kraft und hier ist das heißt falsch gesetzt ich hab noch energie ich hab noch energie ich hab noch energie lad es doch auch schnell leck ich wünsche wohin das macht mir kleidens mit kabel aus scheiße gut und was hast du da den automatischen kraftigen zählen in der rechner so jetzt brauche ich wie macht wie heißt das ding aber was kam es soll erstellt mit dieser Maschine Prozent ex-training die Köln hier sind da auch ich bin ja auch ich schulder den Kanzler mal kräftet er abdruckt der Gäste mich noch nicht die Krupp er hat mich nicht kauft davon geeignet gerade im Moment 10 Stück also okay kannst du da von mir ein mitbringen gleich wo wo wir brauchen für die Energiewende egal ich habe auch die führer je metter ja die energie wandeln wie in die metter um aber trotzdem brauch ich auch sei nur eine frage irgendwie ist das soll ich total verpackt wenn ich sehe ich kann hier wirklich wenn du ein schweiniger oder ein leer obwohl es nacht ist äh auch an den bach ja bei mir hat er jetzt vergessen naja erstens ist das heute falsch gesetzt ist es entweder so zur seite zeigen oder nach oben erst um eine froh denn wo denn wo denn hier oben beim haus manche teile müssen da oben zeigen manche nicht ja es kommt ihm jetzt drauf an wie möchtest du es denn jetzt wo es fenster und so reinkommen also wo wo soll es jetzt nach oben zeigen wo nicht und wo sein fenster reinkommen wenn man da mache ich mich schon mal dran hier das musste scheiße das ist falsch gesetzt das muss umgedreht werden okay und dann wo sein fenster rein hier überall wo er umgedreht ist überall wo umgedreht ist außer da an der wand außer an der wand da kommt dann die ins rein wir kommen also die seit dieser komplett komplett umgedreht werden wo soll die da wo die die lücke ist halt die lücke ist halt die lücke ist das nur schlitzende rohchen jr das ist noch bei deinem eigenen haustabend oder kommst du zu uns ich muss mal gucken ich muss wieder jahre laufen was er ist ja wenn er damit wohl kein boden gemacht hey wir nein komm mit mir an wir müssen hier lang du musst du dich ja wo es da ja kurz an dich skelette er beliebten jahriu so da er einmal er liebt das muss so sein ok den Wurf ich wollte eine Vorstellung zum Haus sie ist ja auch brauche was man sich auch seit Jahren überall überall das habe ich ja das falsch gesetzt alles falsch alles und wo soll das sein Überall, wo hier Dingens ist. Wo man rausgucken kann. Wo man rausgucken kann, außer an der Wand. Auch bei der Seite hier? Wird die noch weggetragen? Die hier? Ja, ja, das wird gleich... Kannst du gerne abtragen, wenn du willst. So, MF... MF... MF steht. Gut, MF steht. Kannst du dann die... Solar Panel-Dingens hinsetzen? Ja. Lässt sich einrichten. Gut. Nächste... Dann werde ich nochmal Glas reintun und ich glaube... Und das kann man jetzt auch schon für die Maschinen benutzen, dann? Den Strom? Nein, nein, nein. Warum nicht? Ähm... Frag den Entwickler von dem Dustville Curve 2. Was müssen wir jetzt dann da machen? Und zwar... Wir müssen ein kleines Ding noch einfügen, was es dabei hat natürlich. Und zwar... Dave, nimmst du schon auf? Dave? Damit. Ja, ich hab total den Plan, ich... Ne? Ich hab gerade nur ganz gut meine Aufnahmen nachgecheckt. Von wegen... Alles so ein Zaun in Ordnung. Und? Äh... Ja, geht, geht. Passt. Ich sollte noch ein bisschen mehr reden, aber... Hm, ich will niemandem als Wort reden. Warte. Also muss doch da eine Badbox drunter. Das ist doch eine Badbox. Badbox. Leder... Lederbox. Leder. Leder. Leder Lappen. Leder Lappen. Leder Lappen. Ich bekommst dich hin. Und eben so... Das ist ein total toller Effortionsformat. Was ich mir auch mal total gerne hier machen würde, ist, wenn wir mit dem Haus fertig sind, mir so meine eigene Katakomben da unten so reinbauen. Das würde ich mir total gerne machen. Ja, total gerne. Ja, total gerne. Ja, total gerne. Ich würde... 200 Gigabyte. Wie lange hat das gedauert? Zwei Jahre. Mace Raid, ha? Okay. Karin. Ja. Ja. Karin. Ja? Karin? Ja. Hi. Hi. Hast du doch von Andre hier, du Sau. das hast du doch von den typen der erstes mal egal gesagt das wort habe ich mir gerade ausgedacht wirklich ja noch nicht und jetzt lügt und jetzt ist der dumme electric fern ist mal falsch danke wenn du noch das wort die klaut die die du mit in Zukunft was uns eben wird geklaut genau der düden die 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 er die er die ersten ich weiß immer noch was zum guten ist ich feier das gar nicht das wird es irgendwie mal warum ist er warum ist das hier das ist klar im Gefängnis das hat er gemacht das hat er gemacht selbstgeschlagen die nirgert und schocken entgegert wird nach dem er steht auch keiner drauf außer du krankes auch abgeholt ja hier dann die drüben im Grunde hast du jetzt dieses eignes extruder gemacht 6 6 6 6 6 werblich heißt wie in einem hohen Heimkau und das war es auch gut Köln der Prokur so dass wir um ihr das hätten wir die Woche ich auch Gold Köln Köln die Werner mit meiner Portet an 9.0 ich brauche eine Portet an jetzt und die ganze Zeit für mich ab und welchen wohl musste einfach und ab und ab und eine Axt Licken also kann man kann doch irgendwie die Fensterscheiben so einstellen dass Prozent das ist also miteinander verschmilzt doch nicht so gut kann man mit Dingen drei Gold gefunden Optifine ja Optifine 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 das auch heute sind zu startieren aber mit dem Gold mehr nicht verdogen aber wir haben dem kein Gold mehr weil wir kein Gold das haben wie kann ich Sachen tragen transportieren mit G Dankeschön Evo Gravity ja so kann man den Extruder warte wie hieß das Ignis Extruder Mass Fabricator kann man den es muss Tag werden geht schlafen es ist Tag gerade geworden aber das Zorderpanel arbeitet nur nicht da wird oder wird es gerade naja wie nachdem kann man den Extruder muss man ach ist egal ich gucke jetzt einfach ah CMF E40 scheiße jetzt sieht man diese ganzen Bäume hier ab warum diese ganze Brüme ja ja Nico warum was warum warum hast du ein Copper Cable gesetzt ahhh aus Versehen sorry ja 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 ich muss sagen sie alle und dann sind sie zu prüfen und ja jetzt sagen sie alle und dazu schwanger wo sie abbauen yay oh Gott so 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 SOZ da ist die Folge schon wieder vorbei nein ich baue jetzt diese Glaswand zu Ende nein es ist zu Ende so wir sehen uns nächstes Mal bis dahin bleibt crazy und blutig und neonhaft und tschüss tschau ja danke tschüss